Musik Herzlich Willkommen hier in der Kulturstadt Marzell im Musical Fever. Musical Fever ist ein Verein von ca. 240 Mitgliedern im Alter zwischen 13 und 26, der sich als Ziel gesetzt hat, einmal im Jahr eine Musicalproduktion selbstständig auf die Beine zu stellen. In diesem Jahr heisst Produktion Notre Dames Kinder. Es ist eine super Story, es ist eigentlich leicht vermischt vom Film. Der Glöckner von Notre Dame, das ist ja Disney, ein riesen Tamtam, man kennt es sicher. Und natürlich haben wir noch Anlehnung zum Buch, weil das etwas mehr hergibt. Das ist Notre Dame de Paris. Und dann haben wir ganz verschiedene Aufgabenrahmungen, die wir für den Regisseur erfüllen müssen. Und das läuft momentan recht gut und es wird immer besser und bis das ganze Stück dann steht, immer Stück für Stück. Wenn man auf der Beine stehen kann und am Schluss den wunderbaren Applaus an all die Leute auf der Beine, die mitgeschafft haben, so richtig geil rüberkommt. Man lernt sehr viele neue Leute kennen, man hat schöne Momente mit drin und spannende Momente, lustige Momente, strengige Momente. Aber es ist mega cool und macht mega Spass. Was wäre ein Musical ohne Musik? Langweilig. Darum gibt es uns von der musikalischen Leitung. Unsere Aufgaben sind sehr vielfältig und beginnen bei Liedersuchen. Dazu die Arrangements schreiben, das heisst die Lieder aufschreiben, Noten machen für jede einzelne Stimme, für jedes Instrument. Dann natürlich das Orchester zusammenstellen und das ganze einstudieren und schlussendlich mit einem Gast auf der Bühne aufzuführen. Musik Auf Wiedersehen vom 23. Februar bis am 16. März 2013. Untertitelung des ZDF für funk, 2017